Musik Hey Leute, was geht? Ich bin Sam von Magic Spice und heute haben wir ein Päckchen Champions League Sticker und es ist Tag 13 von Pack of the Day und macht jetzt mal auf als erstes haben wir hier ein Sticker hier von Real Madrid, wie sie die Champions League letztes Jahr gewonnen haben dann haben wir Philippe Melo von Galatasaray Istanbul von Bayern München haben wir Franck Ribéry hier war sein Bild dann haben wir wieder Galatasaray Istanbul und zwar das Logo und dann wieder Real Madrid haben wir Alvaro Arbeloa mit als Sticker und das war es auch schon mit dem kurzen Video die Stickerpäckchen sind immer wirklich kurz sind ja nur 5 Pakaten drin und ja das war es auf jeden Fall schon heute Tag 13 Pack of the Day bei den Magic Spice wenn es euch gefallen hat dann gebt doch einen Daumen hoch abonniert nicht vergessen und dann sehen wir uns morgen wieder hier bei den Magic Spice bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.